Ich hatte von diesem hinterhältigen Reptil nichts anderes erwartet. Ich werde mich selbst um ihn kümmern. Wir hatten inzwischen aber auch ein Riesenglück. Während die Ratte wie ein kopfloses Huhn in unserer Grafschaft umherirrte, konnte sich eine kleine Streitmacht in seine eigene Burg stehlen und sie einnehmen. Er ist derzeit auf dem Weg zurück, um sie sich zurückzuholen. Ich möchte, dass ihr dorthin geht und unsere Garnison dort anführt. Wieso habt ihr nicht früher eingegriffen? Es hat mich keiner darum gebeten. Diese Aufständischen haben zu oft und zu leicht gegen Depuis den Sieg davongetragen. Das lässt uns schwach aussehen. Sorgt dafür, dass sie dieses Mal unterliegen. Ich gehe ein paar Köpfe spalten. Gerüchten zufolge war das Schwein bei seiner Geburt schon so hässlich, dass ihn seine Eltern verschlägt. Das ist der geilste Satz bis jetzt im ganzen Spiel. Ohr hat. Das war ja nur Haut und Knochen. Er entwickelte jedoch eine grobe, aber sehr wirkungsvolle Kampftaktik und wurde zum Anführer ernannt. Von da an sorgte er dafür, dass er ein Vorrecht auf die besten erbeuteten Speisen hatte und hat sich seitdem zusehends überfressen. Verteidigt die Burg der Ratte gegen ihren früheren Besitzer. Sie ist sehr schlecht errichtet, weshalb ihr sie verstärken müsst. Wer hilft, den Burggraben fertigzustellen, der legt seine Zeit gut an. Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, einem der Tyrannen endlich den Garaus zu machen. Boah, Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das Schwein war so hässlich. Boah, das hat mich eben mehr gehauen. Alte Schwede, ey. Ja, jedenfalls in dieser Mission sind wir endlich mal an dem alten Zielpunkt angelangt, wo es mir endlich mal gegönnt ist, der Ratte den Kopf abzuhauen und in seiner eigenen Festung zu zerlegen. Boah, das ist... Ey. Oh, mein lieber Mann. Boah, das arme Schwein. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So, bei dieser Mission muss es etwas schneller gehen wie sonst. Weil es ist nicht gerade wenig, was auf uns zu marschiert. Dann bauen wir Klammer hier von Beginn an. Da einen Turm hin. Da einen Turm hin. Weil wir müssen auf alles gut vorbereitet sein. Jetzt habe ich keine Händler-Gilte. Hm, schlecht. Gut. Ich lege nochmal zusätzlich ein Programm gezogen. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Hauptsache, die haben was zu tun. Ihr kommt da hoch. Ihr könnt auf uns zählen. Ja, diese Mission ist nicht einfach. Das weiß ich. Deswegen müssen wir alles in Bewegung ziehen, dass es schnell vonstatten geht. Und ich hoffe, dass das Holz bald kommt. Keine Steuern ist eine Sache. Aber wie weh, unsere Schaffenskummer lehrt sich. Okay, niedrigsteuern. Das ist nicht schlecht. Das lassen wir mal so stehen. Bin zur Stelle. Ja. In Bewegung. Bogenschützen. Jawohl. Ihr könnt auf uns zählen. Ja, bitte. Wirklich in den Graben? Boah, ich hab so richtig Bock, der Ratte den Chaos zu machen. Ehrlich. Nicht unter meiner Leitung. So, jeder hoch. Auf Angriffshaltung. Die werden gleich marschieren. Jawohl. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Gehen wir her damit. Alles, was ich brauchen kann. Die Truppen des Schweins greifen an. Mein Bogen ist euer. Das ist alles recht möglich. Fein... Ich bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen, mein Herr. Ziel angepeilt. Pfeile bereit. Boden gespannt. Visiere an. Pfeile bereit. Boden gespannt. Visiere an. Ziel angepeilt. Damit er mehr Ernstiftung mit denen kommt. Perfekt. Damit ist das erste Mal schon mal gut überstanden. Wir haben... Das fertig gemacht. Was wir fertig machen... Äh, das fertig gemacht. Wir haben sie... Die Katapulte schon mal erledigt. Das ist schon mal sehr gut. Ja, jetzt kann er nicht mehr großartig viel machen. Die Katapulte hätten nämlich am meisten von uns rausgehauen. Wunderbar. Perfekt. Das hätte besser eben gar nicht laufen können. So, jetzt brauche ich... Vor allem Nahrung. Brauchen wir jetzt vor allem Nahrung? Ich denke mal, so eine Käserei wäre gar nicht mal so schlecht. Noch zwei von... Jägen. Perfekt. Hier nochmal eine Feinmacherei. Ja, soll er machen. Soll er machen. Das Ding ist jedenfalls jetzt schon mal so gut wie gegessen. Das war jetzt eigentlich besser gelaufen wie gedacht. Das hätte ich nicht gedenkt. Ich bin zur Stelle. Eure Befehle? Rücken aus. Okay, wunderbar. Die erste Welle wird somit überstanden. Ach, klasse. Das mit den Baumeistern. Das war besser gelaufen wie gedacht. Ihr könnt uns zählen. Dann gehen wir. Hm, Kurzwellehütten haben sie zersäbelt. Schweine. Wir haben den feindlichen Angriff... Perfekt. Die erste Runde wäre gewonnen. Boah, sehr gut. Ich dachte erst, das ging schlecht aus, aber wir haben das Loch gepackt. Kein Grund zur Panik, Rattec. Kein Grund zur Panik. Alles wird gut. Jawohl. So. Bauen wir mal hier hin. Das wäre vielleicht besser. Dann baue ich noch mal da einen Turm hin. Und da einen Turm hin. Hauptsache gesichert. Sieht zwar schäbisch aus, aber es ist egal. Müsst ihr da jetzt durchlaufen? Alles, was helfen kann. Alles, was helfen kann, wird hier angesetzt. Ich bin zur Stelle. Ich bin zur Stelle. Ich bin zur Stelle. Ich bin zur Stelle. Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Ach, verdammt. Jetzt habe ich den da hingesetzt. Okay. Eine Botschaft von Sir Longarm. Ich habe die Grafschaft wieder eingenommen, die die Schlange fälschlicherweise für sich beansprucht hatte. Jawohl. Das ist doch mal eine sehr gute Nachricht. Okay. Ihr geht da hoch. Ihr kommt alle auf den Bergfried. In Angriffshaltung. Okay. Du kommst wieder da hoch. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Ja, sieht gut aus. Ich hoffe, dass es auch so platt ist, wie es ist. Wir haben beinahe keine Vorräte. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem, was ich gerade habe. Nahrung. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Okay. 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 Gut. Dann kaufen wir nochmal zusätzliche fünf Bögen. Und hoffen, dass sie jetzt schnell sind mit dem Produzieren. Das macht nichts. Das reicht schon. Aber ich denke mal... Ja. Natürlich mal wieder. Aber jetzt habe ich schon mal genug davon. Ihr kommt... ...da hoch. Die Rate soll sich nicht zu sehr ausruhen. So, der Bergfried ist ausreichend gut geschützt momentan. Das trifft sich gut. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Aber ja, um Getreidefarben zu bauen, das lohnt sich eigentlich auch nicht gerade. Ich bin zur Stelle. Wo ist er? Eure Befehle? Da oben. In Bewegung. So. Passt du da. Also, Lanzenträger haben wir genug. Bogenschützen sind wir auch gerade gut dabei. Jetzt heißt es nur noch schauen, dass wir auch gar nichts verkehrt machen. Gerade bei dieser Mission. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Das Volk liebt euch, mein Lord. Ich seh's. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. Perfekt. Wenn jetzt nur noch diese blöde Sache jetzt entfällt mit den Nahrungen, wäre alles in Ordnung. Gut. Er kommt da hoch. Die Ratte, die wird auch irgendwann bald wieder antreten. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Aber diesmal sind wir gut vorbereitet. Sind auf dem Weg. So, was macht meine ganzen Farm? Die Steinbrüche arbeiten. Die Kühen werden gemolken. Perfekt. Das heißt, der Käse lässt sich nicht auf sich warten. Okay. Ihr könnt auf uns zählen. Ich glaube, noch ein Turm ist nicht verkehrt da oben in der Ecke. Wir benötigen Steine. Genau. Da. Schnelle Ochsen noch. Jawohl. So, da haben wir den jetzt auch dahingestellt. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen wir? Hier der hoch. Schlecht. Bei der Nahrung, das sieht nicht gerade gut aus. Ja, immer mal wieder Zusatz kaufen. Wobei es böse ist. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. In Bewegung. So, ihr kommt dann da hoch. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ja, ich weiß. Aber ich kann da auch nichts machen gerade. Eine Getreidefarme. Vielleicht mal eine Alternative. Oh, das ist eine gute Idee. Gerade vorne hin ist jetzt was Duell. Okay. Ihr könnt auf uns zählen. Allzeit bereit. Bin zur Stelle. Womit kann ich die Nahrung? Rücken auf den Turm. Gefreiter Angriff. So. So. Eure Beliebtheit sinkt. Ihr habt nicht genügend Güter. Ich baue dich mal da hin. Und dich baue ich mal einfach mal mitten rein. Wenigstens etwas hab. Zusätzliche Nahrungsquelle. Ihr könnt auf uns zählen. Nennt euren Wunsch. Unsere Lebensmittelvorräte schwingen dahin. Euer Gnaden. Okay. Ihr habt nicht genügend Gold. Wenn die Sachen mit der Nahrung nicht immer so wäre. Und dann so wenig Gold hätte, wäre es in Ordnung. Ja, bitte. Wir rücken ab. Ja, ich kann es nicht lassen. Ihr steht mir so so in der Blüter rum. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Sind auf dem Weg. Oh, verdammt. Wir benötigen Holz. Gefahr, mein Lord. Ein gewaltiges Heer der Ratte wird bald hier eintreffen. Überbevölkerung. Ja, wenigstens ist es allgedämmt. Das ist gut. Es kommen Leute zur Burg. Ja, schön. Ochsenjuch. Steine. Steine mangelt es uns momentan. Ja, momentan ist es konstant. Nicht genügend Güter. Ihr könnt auf uns zählen. Ihr könnt auf uns zählen. So, jeder hoch. Ich hoffe, dass es jetzt mit den Katapulten genauso gut läuft wie der Vor. Schau bitte. Eine Botschaft der Ratte. Unverschenkter Flegel. Ich werde eurem Treiben mit Tatmünn ein Ende bereiten. Hoffentlich läuft das gut jetzt. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Bin zur Stelle. Ich darf uns zählen. Wohin gehen wir? In Bewegung. Allzeit bereit. Oh, ein Großteil ist schon weg. Perfekt. Kompli zuerst. Bevor die mir auf dumme Gedanken kommen, wieder. Perfekt. Ich bin zur Stelle, mein Herr. Rücken aus. Eure Befehle. Pfeile bereit. Bogen gespannt. Visiere an. Der Feind füllt den Burggraben auf Seel angepeilt. Pfeile bereit. Hm, das waren Fehler. Okay. Ich hätte das Ding abreißen sollen, ohne. Ah, die sind so blöd. Jetzt haben sie sich selbst ausgenockt. Klasse. Klasse. Mann, da war viel Glück dabei eben. So, komm, da hoch. Kannst du von da oben die paar noch abschießen. Bin zur Stelle. Tja, Ratte, was sagst du jetzt? Hä? 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 Das hast du verdient. Das war für die ganzen letzten Missionen. Jawohl. Das war für die ganzen letzten Missionen, wo du mich so gerne helft hast. Für die, für die Felswurst in manchen Missionen hatte. Das hast du verdient. Ihr könnt auf uns zählen. Euren Wunsch. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Das müsste es auch sogar gewesen sein. Der erste der Tyrann. Der erste der Tyrann wurde von uns niedergemetzelt. Tja. Wollt ihr auch mal Zeit. Wir sehen uns in der Hölle. Und damit ist die Mission das Ende der Ratte geschafft. Eine weniger von unseren Feinden. Perfekt. Als die Ratte im Kampf mit euren Männern fällt, bricht Jubel aus. Vielleicht gibt es ja jetzt einen Funken Hoffnung für die Nation. Perfekt. Die Ratte ist komplett ausgelöscht. Jetzt widmen wir uns demjenigen, der uns im letzten Part auch so genervt hat. Und zwar der Schlange. In der nächsten Mission geht es dann auf die Schlange. Und ich freue mich, wenn ihr mich dabei wieder begleiten würdet. Auf Wiedersehen. Und natürlich euer Antasma. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020